Parkour ist die schnellste Hindernisüberwindung von A nach B. Das heißt, wenn man durch die Stadt möchte und der Weg ist eigentlich versperrt, dann versucht man über Mauern zu kommen, über Gräben zu springen und was auch gerade in den Weg kommt. Hallo, ich bin Jan von Parkour Diepholz. Das sind meine Jungs und Mädels. Und wir machen Parkour. Parkour gibt es in Diepholz seit 2006. Wir sind angefangen mit vier Trasseuren und mittlerweile sind bis zu 48 Jugendliche bei uns am Trainieren. Wir trainieren jeden Freitag von 19 Uhr bis 22 Uhr. Ab und zu sind wir auch draußen. Das steht dann immer bei Facebook im Internet oder auf unserer Internetadresse www.parcours-diepholz.de. Muss man irgendwelche Voraussetzungen dafür mitbringen, für diesen außergewöhnlichen Sport? Man braucht keine Voraussetzungen für diesen Sport. Man kann einfach nur Spaß haben, sich zu bewegen. Das reicht auch vollkommen aus und den Rest lehrt man alles hier. cuhr zu gehen. Was soll die付fahrung? Seriously? Was soll die trassen? Untertitelung des ZDF, 2020